Das ist schon Spaß. Am Sonnenuntergang. Am Sonne, nicht so, ist klar, aber am Abend ist es unglaublich. Man ist doppelt so glücklich, dreimal so glücklich als normal. Es geht ja da hinten weiter danach. Überhaupt, bei unseren liebsten Frauen noch mehr. Ah, das war doch wirklich. Komm, komm, komm. Da braucht der Mann nicht so viel zu tun. Das sind die Spezialitäten-Restaurants hierherum. Superschön, hat einen Blick. Der ist grandios. Hier auf die Ose drüber.